Willkommen auf dem Vollfix-Kanal. In diesem Video werden wir über das Thema Delta sprechen und welche Arten von Deltas es gibt. Wir möchten darauf hinweisen, dass dieses Video nur zu Informationszwecken dient. Jeder Bar auf dem Chart hat also ein Volumen an abgeschlossenen Trades. Dieses Volumen setzt sich aus Sell- und Beitrades zusammen. Insbesondere auf einem Double-Cluster-Chart können Sie die Anzeige des Verkaufs- und Kaufvolumens getrennt einrichten. Das Delta ist die Differenz zwischen dem Volumen der Beat- und Asktrades. So entspricht das Delta bei diesem Kurs der Differenz zwischen 491 und 773 und ist gleich minus 282. Das bedeutet, dass zu diesem Preis die Verkäufe überwiegen. Das Delta im vertikalen Histogramm zeigt das Gleichgewicht der Kräfte für jeden Bar. In diesem Fall für jede 5 Minuten. Wir sehen das getradete Volumen und das Delta. Das heißt die Differenz zwischen dem Gesamtvolumen der Käufe und Verkäufe für jede 5 Minuten. Das Delta setzt sich also aus dem Kaufvolumen und dem Verkaufsvolumen zusammen. Es zeigt an, welche Seite sich zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Markt durchsetzt. Bei jedem Tret gibt es zwei Teilnehmer. Einen Buir und einen Seller. Anhand des Deltas können Sie das Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern zu einem bestimmten Zeitpunkt erkennen. Es gibt zwei Arten von Delta. Delta Aggressor und Delta Tick Direct. Delta Aggressor zeigt die Differenz zwischen dem Volumen der von Käufern, Aggressoren, initiierten Trades und dem Volumen der von Verkäufern, Aggressoren, initiierten Trades. Aggressor ist die Seite, die den Handel initiiert hat. Die Daten über die Seite des Trades stammen von der Börse. Der Initiator des Trades ist normalerweise ein Market Order, aber nicht immer. Es kann sich auch um eine Limit Order handeln. Sie können den Delta-Typ im Menü Setup Delta Type einstellen. Delta Aggressor zeigt an, welche Seite bei Trades aktiver ist und ist ein Indikator für Marktdruck. Delta Tick Direct berechnet das Delta auf der Grundlage der Richtung jedes Ticks. Wenn der Preis des aktuellen Ticks höher ist als der des vorherigen, ist das gesamte Delta positiv. Und andersherum. Ein Tick ist jede Preisänderung. Ein Beispiel. In einem 5-Minuten-Bar gab es 10 Optics von je einem Kontrakt und 5 Down-Ticks. Ebenfalls von einem Kontrakt. In diesem Fall wäre Delta Tick Direct gleich 5. Die Delta-Aggressor-Zahlen stammen von der Initiator-Seite des Trades. Und die Informationen über die Initiatoren-Seite kommen von der Börse. Öffnen wir Time und Sales und sehen wir anhand eines Beispiels, wie oft sich die Seite des Trades nach Aggressor und nach Tick direkt unterscheiden kann. Pausieren wir Time und Sales. Wir können sehen, dass es oft Situationen gibt, in denen die Seite eines Trades auf Tick Direct Buy ist und auf Aggressor-Zell. In diesem Fall zum Beispiel folgte auf den Handel zum Preis von 5.439 ein Downtick. Und die Seite jedes Trades zu diesem Preis ist Sell. Warum? Weil die Richtung des Ticks nach unten zeigt, sodass alle Trades zu diesem Preis als Verkäufe gezählt werden. Aber zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt es Trades, bei denen die Seite der Trades auf der Seite des Angreifers zum Beispiel steht. Und wenn wir uns die Spalte Beat-Ask-Sietze ansehen, das ist die Größe der Beats und Ask in der ersten Zeile der Markttiefe, werden wir feststellen, dass der Verkäufer alle Beats rausschmeißt und der Preis sich somit um 1 Tick nach unten bewegt, wo der Aggressor-Käufer bereits erscheint. Während um Tick direkt verkauft wird, kommt in der Tat der Käufer ins Spiel und beginnt, alle Anfragen, alle Verkaufsaufträge zu verdrängen. Und später bewegt sich der Preis auch, aber um 1 Tick nach oben. Anhand dieses Beispiels können wir den Unterschied zwischen Delta Tick direkt und Delta Aggressor verstehen. Wenn wir uns vorstellen, dass es sich um einen 5-Minuten-Balken oder einen 1-Minuten-Balken handelt, dann wird das gesamte Volumen, das wir bei Tick direkt sehen, für den Verkauf sein. Und das gesamte Delta wird negativ sein. Das Delta des Aggressors hingegen berücksichtigt die aggressiven Käufer, also diejenigen, die das Traden initiiert haben. Dies ist der Unterschied zwischen dem Delta des direkten Tick und dem Delta des Aggressors. Mit anderen Worten, das Aggressor-Delta ist auf der Mikroebene genauer. Basierend auf dem eigenen Verständnis des Unterschieds zwischen den beiden Arten von Delta und dem aktuellen TMEF-Rahme wählt der Trader dann aus, welche Art von Delta besser zu verwenden ist. Das wäre alles. Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support über die Kontakte in der Beschreibung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen schönen Tag.